In letzten Folgen Erklärt mir das! Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt. Vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Was habt ihr gemacht? Varic Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch an diesen Verbrecher nach Valroyo zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Ach! Mit dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. Nun wiederherstellen, mit oder ohne eure Zustimmung. Helft uns die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder bei... Ah, jetzt schon wieder. Äh... Dragon and Inquisition. Und ja... Mit dir habe ich kein Bock zu reden. Habe ich mit dir schon geredet? Ah, komm, gehen wir da. Da, wo wir sind. Was ist jetzt los? Schon wieder meine Fresse. Geh mir auch fest. Ja, jetzt. Ach... Gute Schande. Gib dir... Wieso haltet... Schafft er nicht? Spiel zu schnell oder was? Hallo? Hallo? Die Banditen! Das ist doch nicht fertig, gell? Nein! Mann! Die fucking Bockenschütze alle! Boah! Banditen! Ich habe mich mal, mal wieder weg! Zu chez... Wir können dich werfen! Das ist doch wahr! Was ist denn er Wo ist er? Nice. Hallo? Sammel! Ja! Äh, noch mal mehr. Plündern, hier ist es auch. Meine Nachforschungen zufolge könnten die Altelfen hier in der Nähe Schutzzauber aufgestellt haben. Wenn wir die Artefakte finden, die sie benutzt haben, könnte uns das helfen, dieses Gebiet gegen Risse zu sichern. Was geht hier? Ich bin... ... ... ... Leiden? Andarin Atishan. Ich hätte nicht gedacht hier noch jemandem vom Blute der Delisch zu begegnen. Mein Name ist Miris. Euren Waffen nachzuurteilen seid ihr für den Kampf gerüstet. Womöglich haben wir in diesem Dämonen einen gemeinsamen Feind. Äh, gehen. Was machen... ... ... ... ... ... ... von draußen? Kümm? Kämpft ihr etwa allein gegen die Dämonen? Es ist sinnlos, die Dämonen zu bekämpfen. Es kommen immer noch mehr von ihnen, und ich habe keine Möglichkeit die Risse zu schließen. Ich habe aber von elfischen Artefakten gehört, die den Schleier erfassen. Sie könnten uns verraten, wo neue Risse entstehen werden. Ich hatte jedoch nicht mit so vielen Dämonen gerechnet. Ich glaube eines der Artefakte ist ganz in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, zu ihm zu kommen? Äh, Jetzt, ich trau euch nicht. Ja, wir sind. Danke. Danke, dass ihr mich begleitet. Ich glaube nicht, dass ich es allein geschafft hätte. Lasst uns weitergehen. Was macht man? Es wurde ausgelöscht, von einem Dämon, den unser Hüter Thürich dabei ist beschworen hat. Ich bin die einzige Überlebende des Klans Wernehmens. Ich war gerade auf der Suche nach einem neuen Klan, als die Bresche erschien. Ja, die sind... Ich würde sagen, okay. Alles? Das ist ganz sicher kein normales Feuer. Ich habe hiervon schon gehört, es jedoch noch nie zuvor gesehen. Man nennt es Schleierfeuer. Es ist eine Art empfindsame Magie. Die Erinnerung an eine Flamme, die in dieser Welt an Orten brennt, an denen der Schleier dünn ist. Okay. Okay. wenn wir diesen kristall aktivieren sollten er auf die stärke des schleiers reagieren wir sind in der nähe eines weiteren artefakts Geld, pisse abgeschlossen geil Nun, das sollte sich als nützlich erweisen, und wir scheinbar haben die Ahnen auch etwas für mich hinterlassen. Interessant. Ich denke, da wird es auch nicht verändern. Yeah, endlich, meine Fütter. Ich will euer Funhaben. Es ist unser Leboil. Äh, bitte, ich brauche das. So ein Lass. Manamahalad, ich kann auf dieser Welt ohnehin nur wenigen vertrauen. Da muss ich nicht auch noch mein eigenes Volk gegen mich wenden. Aber ich euch meine Werte nicht bewiesen. Ich bin von eurem Blut, und das, was ihr gefunden habt, könnte mir nützlich sein. Ihr habt lieber Kressen. Hier, nehmt es. Nur Gemüse Salz wegen euch Begleitung. Yeah, endlich. Ach so, weil die habe ich geschwitzt, deswegen. Ein Brief. Ah, ok. Die Runen reagieren irgendwie auf die Flamme der Fackel. Ich habe wenigstens Geräusch gewährt, aber mir schnudscher ist egal. Oh, was haben wir da? Aha. Ich glaube, müssen wir jetzt rausgehen. Ja. Hä? Also, wir sind Level ab geworden, gell? Ja. Äh, ich mache Bocken. Ich mache Bocken. Äh. Äh. Ich mache Bocken. Angewendet. Geil. Ah. Nicht lecken. Nicht lecken. Nicht lecken. Nicht gut. Blecken ist nicht gut. Blecken haste. Äh. Okay. Das haben wir ja schon. Ähm. All diese gehen wir weiter nach vorne. Auch hier wahrscheinlich sein. Hast du. Ja. Klöner. Genau. Jawohl. Äh. Wir haben ja lange, lange, haben wir nichts gemacht. Wollen wir warten? Nein. 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 Äh. Bogensumme. Uh. Die? Oder die? Oder die? Oder die? Oder die haben wir ja? Also, die haben wir ausgerüstet. Ich will die. Hä. Äh. 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 Ich habe ja ausgerüstet. Ja, gib dir. Aber ging schon. Hä? Ich verstehe das Spiel langsam nicht. Aber egal. Grundsache, bin ausgerüstet. Jetzt suchen wir das. Äh. Ja, das wird nicht schlecht. Mehr gesunde. Oh. Das ist wirklich was. Das ist Schütze. Abwehrrüstung. Nur für Krieger. Nur für Magier. Nur für Menschenkrieger. Oh, das ist für mich Schütze. Aber das bringt mir gar nichts. Das ist auch nicht. Oh, das ist für mich. Aber weniger Rüstenscheiße. Das ist auch Scheißkacke. Ähm. Hm. Helm. Was? Hä? Welche ist welche? Ich will mich nicht so groß. Was? Was? Geschwindigkeit. Ich glaube, was ist das? Ja, das haben wir ausgerüstet. Also, wahrscheinlich ich hatte gar nichts. Deswegen. Äh. Ah. Seht mal an. Was haben wir hier? Sehen wir es? Nur Krieger. Äh. Äh. Das ist. Oh. Nix. Gehörtefähigkeit. Okay. Das. Link. Ach komm. Nehm ich das. So schlimm könnte er auch nicht sein. Äh. Nix. Ring. Oh. Der. Hm. Okay. Hier sehe ich ein bisschen kacke aus, aber scheiße geht mir jetzt. Äh. Ah. Hinter. Wow. Ah. Alles. Sie ziehen sich zurück. Wir müssen ihnen nachsetzen. Ja, ja. Was ist das? Okay. Ich werde da lieber nicht gehen. Hä? Ich bin blöd oder aber blind? Die sind hier. Ja, genau. Ja, eine habe ich gekillt. Noch. Klindern wir alles. Jo, geil. Ah, ja, okay. Okay. Alter. Okay, Quelle ist abgeschlossen, geiler. Okay, Plus MP, also bei ihm, was war das, ich glaube das wollen wir, ja genau, bei ihm machen wir das. Der ist eigentlich gleich wie ich, aber machen wir bei ihm das. Ja, nehm ich das, sinnig. Äh, bei ihm, jo, Halden, Mann, okay. Äh, und E. Waffe, Waffe, Waffe. Ich glaube, lassen wir bei ihm. Äh, Rissung. Der ist eventuell, aber der macht ihm nix. Ah, er hat gar nix. Keine Helm, gar nix. Dann machen wir das bei ihm. Hm. Äh. Macht. Eins. Sp. Machen Sie mehr Tinky, oder? Ja, würde ich sagen. Fünfzig Prozent. Ah. Neh. 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 Neh, das ist ... Neh. 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 Nimm ich den da. Wir könnten hier lagern. Bogen? Nice. Das ist für mich. Oh, hat es gespeichert? Irgendwas habe ich gesehen. Ja, können wir ja lagern. Okay. Machen wir. Yay! Es gibt nichts zu berichten, Sir. Gut. So mag ich. Was ist das? Macht. Okay. Oh. Was ist das? Okay. Leer. Okay. Können wir was herstellen? Eine Gruppe ausrufen. Keine Tränke. So. Äh ja. Haben wir voll. Und wo gehen wir jetzt hin? Ja dieser ist. Diesen verdammt stark hier. Ich glaube das ist irgendwie da lang. Oh ja. Also ich mich täusche. Ja. Also das ist so unser ungefähr Plan. Ich muss mich verarschen. Egal. Äh. Jetzt will ich da hingehen. Da muss ich jetzt. Gehen wir halt weiter einfach. Vielleicht finden wir nicht ein Monster. Und gehen. Oh. Yeah. Zwei. HP Punkte. Und das ist das jetzt. Halt ran. Oh. Oh. Habt ihr geglaubt dass Konklave könne Frieden schaffen Kassandra? Ich hatte es gehofft. Genau wie wir alle. Die Templer waren in den Krieg gezogen um die Magier zurück in ihre Zirkel zu zwingen. Was die Magier wiederum niemals akzeptiert hätten. welche lösung hätte die göttliche justinia vorgeschlagen wo doch keine seite bereit war sich auf einen kompromiss einzulassen beide parteien nicht zu gewinnen und allein die tatsache dass sie überhaupt anwesend waren zeigte dass sie das auch wussten oder sie dachten die andere seite würde ein denken das werden wir wohl nie erfahren also leute ich will sagen wir machen pause und bis nächstes mal so leute das war's für dieses mal wenn er voll mehr video von mir sehen oben das ist mein letzter let's play und unten ist mein letzter bildung wenn er bock darauf hat könnt ihr euch drucken